Hallo und willkommen. Bezogen auf das Hochschulstudium gibt es unterschiedliche Verortungen von Prüfungen, von studiengangsbezogenen Prüfungen über Modulprüfungen bis hin zu Prüfungen in den einzelnen Lerneinheiten eines Kurses. Während einige dieser Prüfungen mehrheitlich in klassischen Formaten vorgehalten werden, gibt es inzwischen vermehrt computergestützte Prüfungsformate, vielfach auch E- oder Electronic Assessments genannt. Doch was genau ist E-Assessment? Nach unserer eigenen Definition, die Sie hier sehen, ist entscheidend, dass der Computer die tragende Rolle im Assessment übernimmt. Das kann sich auf allgemeine Gestaltungsfragen oder die Speicherung von Tests beziehen, kann aber auch die Auswertung mit einbeziehen. Je nach Grad der Automatisierung lassen sich verschiedene E-Assessment-Varianten definieren. So haben wir im Virtual Linguistics Campus, unserer linguistischen Lernplattform, bis etwa 2006 E-Assessments vollständig computergestützt durchgeführt, dabei allerdings nur die Präsentation der Fragen automatisiert. Die Auswertung erfolgte von Hand, allerdings immerhin in Form von E-Mail-Kommentaren. Seit 2006 allerdings haben wir immer mehr auch die Auswertung automatisiert. Zunächst bei einfachen Multiple-Choice-Tests, später dann auch, wie wir gleich sehen werden, bei vielen anderen Assessment-Typen. Daher unterscheiden wir heute zwischen computergestütztem Assessment und echtem elektronischen Assessment, wo alle Aufgaben vom Computer übernommen werden. Wenn ich also im Folgenden von E-Assessment spreche, meine ich elektronische Test-Szenarien, bei denen die Gestaltung und Präsentation sowie die Auswertung und Archivierung vollständig vom Computer übernommen werden, so wie wir es 2012 definiert haben. Schauen wir uns diese elektronischen Tests einmal näher an und beginnen mit den reinen Wissenstests. Diese werden in allen Lerneinheiten eines Kurses benötigt, deren Inhalte Voraussetzung für eine anschließende Präsenzphase sind, also typischerweise im Inverted Classroom. Dort bietet sich ein ausgeklügeltes System elektronischer Tests an. Mit integrierten Tests können die Lerner ihr Wissen selbst einschätzen und formative Mastery-Tests dienen zur kontrollierten Wissensüberprüfung nach Beendigung der digitalen Phase, um vor der Präsenzphase einen abschließenden Gesamteindruck des Vorwissens zu bekommen. Und so sehen die elektronischen Wissenstests aus. Es handelt sich typischerweise um Auswahl-Tests und Input-Tests, wobei die reinen Multiple-Choice-Tests mittlerweile abgeschafft wurden, da hier, wie in einem früheren Video präsentiert, den Ratemöglichkeiten zu breiter Raum gegeben wurde. Mit den von uns entwickelten Dynamic-Choice-Tasks konnten wir hier mehr als nur Ersatz schaffen. Und am Ende einer Lehrveranstaltung wird dann meistens ein summativer Test als Modulabschlussprüfung eine sogenannte E-Klausur geschrieben. Bis 2016 waren diese E-Klausuren bei uns wie an vielen anderen Institutionen primär Wissenstests. Die E-Klausur wurde in einem PC-Pool geschrieben. Es wurde sichergestellt, dass die Studierenden nur Zugang zu ihrer Klausur hatten und es wurden primär Fakten im Multiple-Choice- oder im Input-Task-Format abgeprüft. Immerhin, es gab auch Teiltests zur Überprüfung von Kompetenzen. Zwar machten diese Tests damals nur einen geringen Teil aus, aber sie gaben uns Anlass zur genauen Untersuchung weiterer Zusammenhänge. Aus denen folgte, dass unsere Klausuren kein Wissen mehr überprüfen sollten, sondern Kompetenzen. Und so sind die neuen elektronischen Klausurformate nun vollständig kompetenzorientiert. Und da ja nun kein Wissen mehr abgeprüft wird, können wir getrost die Internetnutzung zulassen und Techniken wie den Safe Browser in die Mottenkiste packen. Dass die Internetnutzung, die übrigens aus Gründen der Chancengleichheit über einen zweiten Browser vorgenommen wird, in diesen kompetenzorientierten E-Tests funktioniert, das haben wir bereits in mehr als zehn Klausurdurchgängen mit hunderten von Teilnehmern nachgewiesen. Hier sind einige typische elektronische Kompetenztests in meinem Fach der Sprachwissenschaft. Tests, die aber problemlos auch auf andere Fächer übertragen werden können. Mit Auswahlübungen, in denen aus einer beliebig großen Menge diejenigen Elemente ausgewählt werden müssen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, oder mit Analyseaufgaben, deren Ergebnisse in ein Textfeld getippt werden müssen, gelangen auch die elektronischen Tests in neue Dimensionen. Auch die Hörauswahlübungen, in denen je nach Höreindruck Elemente ausgewählt werden müssen, oder die Zählübungen, bei denen entschieden werden muss, wie viele Elemente eines bestimmten Typs in einer Menge enthalten sind, zählen zu typischen Kompetenztests. Bei all diesen Tests hat der Computer leichtes Spiel bei der Auswertung. Der Lerner allerdings wird vor hohe Anforderungen gestellt, bei der die erlaubte Internetnutzung nur geringe Hilfestellungen bietet. Eines habe ich übrigens nur beiläufig erwähnt. Die E-Klausuren sind bei uns Kombinationen aus einzelnen kompetenzorientierten E-Tests. Und dieses modulare Prinzip kann man sich nun auch in den diagnostischen Tests zunutze machen. Mit inhaltlich maßgeschneiderten Kombinationen aus Wissens- und Kompetenztests lässt sich so auf elegante Weise das Vorwissen nebst benötigten Kompetenzen von Studierenden vor einem Modul oder auch vor Beginn des Studiums überprüfen. Und da die E-Tests einfach zu bedienen und aus den Lerneinheiten bereits bekannt sind, bedarf es keiner Probeklausuren oder Einführungen in das E-Klausursystem. Probieren Sie unser modulares E-Testsystem einfach mal aus. Mit einem kostenlosen Konto im Virtual Linguistics Campus können Sie fast alle unsere elektronischen Tests über die VLC-Toolbox und die Option E-Assessment-Showcase ausprobieren. Wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie mal in unsere elektronischen Tests hinein. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.